Hallo ihr Lieben! Wir sind jetzt in Aachen. Wir machen jetzt den Ben fertig, haben jetzt gleich mal eine Kurve auf dem Platz und schauen mal, wie er sich heute benimmt, wenn auch alles ganz anders aussieht. Dann schauen wir mal, wie er sich probiert, wie mir er ist dabei. Genau. Helf dir ein bisschen. Genau. Und ich bin auch dabei. Und die Wolli ist dabei. Genau. Dann schauen wir mal. So, dann machen wir dich mal fertig, Ben. Ja. Wenn mal was dir noch so los ist. Hi Ben. Hi. Isa holt gerade deinen Sattel. Wo willst du denn hin? Wenn wir raus. Mach mal den Schweif wieder auf. Das sieht so schön aus. Ja. 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 Der Untergang ist unglaublich. Der Untergang ist unglaublich. Hallo, Isa! Es sieht so schön aus. Okay, ich glaube, wir gehen zu den Haaren, oder? Mira, Ben, den mitnehmen. Er ist so lieb. Da lang bist du, ne? Ja. So, wir sind jetzt fertig, Isa. Also, beziehungsweise ich nicht, sondern Isa. Was sagst du, wie war deine erste Schrittrunde? Hast du ein gutes Gefühl? Cool, es ist so schön. Oh, man sieht dich gar nicht. So, schön von unten. So richtig schön unvorteilhaft. Ja, richtig schön unvorteilhaft. Aber wie war es das erste Mal richtig gut? Ja. Freust du dich auf morgen? Ja. Bist du abgeregt? Nein. Sehr gut. Dann kannst du ja losgehen. Ich glaube, Ben wird sich ein bisschen benehmen. Ein bisschen benehmen? Wenn es chillig, ja. Wenn man voll liebt. Guck mal, wie der Himmel aussieht. Rallt mal da rein. Oh, ja, wie geil. Oh, man, doch, man sieht es. Wie sieht man? Joa. Joa, sieht ein bisschen komisch aus, aber machen Sie es. So. So. Süß. Gell, was ist denn Ben? Da war die Crew rund um Isa. Die Crew. Am Wochenende hatten wir die Crew Mira und jetzt ist Bens Crew. Ja. Ne? Wie ist der? Ben ist süß, ne? Komm, dann darfst du jetzt mal in den Stall gehen und essen. Ja. Meine Crew helft. Meine Crew. Ich glaube, dass er nicht rausläuft. Crew. Ja, deine, deine. Guck mal, ist auch mal geil, ne? So Turniertrottel-Videos, das kann ich machen. Ja. Ist auch mal geil. Ich bin morgen immer im Einsatz, gell? Wenn du interessiert wirst. Mama ist morgen auf dem Einsatz. Morgen sieht man die Mama ein bisschen mehr. Dann gibt es ja auch ein bisschen Kommentare ab. Du suchst die Süße hier, für die Pferde spielen. Aber der André sucht ja auch noch jemanden, das Pferd ein. Nein, ob ich es für meinen durchhalte, wachsen zu lassen oder aufschneiden. Das Pferd schön drinbleiben. Der Ben war sehr lieb. Der Ben war sehr lieb. Mira hat nicht geholfen, Mama hat nicht geholfen. Nee, nee. Okay, und jetzt wird er jetzt noch eine gute Pferd zum Heu bekommen. Und jetzt, ja, hoffen wir, dass es morgen dann gut klappt. Und wir nehmen euch morgen wieder mit. Tschüss. Tschüss.